Wir haben einen eigentlich einfachen Betrugsfall. Insgesamt sind das sogar mehrere Betrugsfälle. Ich habe die Staatsanwaltschaft gewarnt, sie wachend aus der ganzen Sache eine Vornarztnummer. Die betrachten mich noch immer als dement. Es hat gewisse Vorteile, wenn man als Domkopf betrachtet wird. Oh, etwa habe ich am ganzen Herzen verschluckt. Wenn wir jetzt einmal annehmen, der Fall wäre gelöst, der Kampf wäre zu Ende. Was würden Sie sich sonst noch vorstellen zu machen neben dem Haus? Habe ich mir noch nie überlegt. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017